Weiter geht's hier im Vault 106. Scheinbar sind die Bewohner, die hier noch sind, verrückt geworden. Hallo, wer ist da? Oh, da hinten? Nee. Was haben wir denn? Wieso sind die alle so schmerz? Alle so komischen Frisuren. Und warum sind die verrückt? Und wieso haben wir unseren Vater dreimal gesehen? Jetzt ist da wieder so eine komische Farbe. Ob wir hier auch nach und nach bekloppt werden? Altmetall! Ja. So. 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 sehr merkwürdig verabschiedet verabschiedet 5 überlebende und wir killen ja alle barrikaden so wie es aussieht irgendwas ist hier passiert verdammt eine 75er fähigkeit brauchen wir dafür und wahrscheinlich finden wir nur da drin raus was hier passiert ist vielleicht irgendwas mit chemikalien weil die ja auch so viel mit chemikalien zu tun hatten irgendwie scheinbar irgendwas ist schief gelaufen nehme ich einfach mal an so so Hallo. Sie haben ein Vault-Tec Limited Edition Wackepulbe gefunden, auf dem Sockel steht. Sei stets bereits das wie und das warum zu erklären. Cool. Ach so, die werden automatisch gleich unsere Fähigkeit erhöht. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann wird sie retten. Nehmen wir mal mit. Oh, war das ein anderes Buch? Ne, ne? Sechs Überlebende. Forschungslabor. Alt-Metall, Alt-Metall, Splitter-Sanaten. Seid ihr Zigaretten irgendwo gesehen? Ja. 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 Jetzt war ganz schön viel, was wir mit uns nun schleppen. Irgendwann müssen wir los werden. noch drei sachen kam irgendwie eine knarre doppelt das sturmgewehr problem gelöst gut hat er nicht gehört jetzt müssen wir schon wieder was loswerden erst mal durch die hier futtern fläche und bohnen haben wir sonst noch eine waffe doppelt außer das chinesische manchen gewähren sowieso aussieht nicht mehr gut das gibt es doch gar nicht ok ich beende mal erst mal bis so sah das wo wir früher aus aktivieren mich wird ein hinweis für mich dieser ort ist herrlich ich glaube es ist eine zeit das neue anzunehmen diese veränderung zu begrüßen entspannen sie sich noch ein hinweis für mich da kommen sie schon gefällt es ihnen nicht besser atmen sie im blautief ein entspannen sie sich im ernst dieser ort hat alles was wir brauchen genießen sie ihn genießen wir ihn also solange wir hier sind na gut wenn du nicht willst wir sind fertig so kommt ihnen das jetzt also wahrscheinlich alle vor so kommt ihnen das jetzt also wahrscheinlich alle vor krasser shit Was? Da ist nichts. Hallo? Wer ist da? Was haben wir denn? Wo? Oh! Erklärt immer noch nicht, warum die alle so aggressiv sind, wenn alles gut ist. Also ein bisschen Gänsehaut kriege ich jetzt hier schon. Da geht's nach unten. Da auch. Die einfachen Wohnbereiche. Was haben wir denn hier? Du bist keine Female, Junge. Nichts zu holen hier. Was haben wir denn? Komisch, dass hier wirklich keine einzige Frau ist, ne? Nur Männer. Na gut, hier machen wir erstmal wieder einen folgenden Konzernspitz. Ich bedanke mich, bis dann. Bis dann.